Glück auf Schalker, gestern hat die ordentliche Jahreshauptversammlung stattgefunden und es gibt neue Informationen zur Fördergenossenschaft, all das in dem Video. Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Die Jahreshauptversammlung am 16.11., das ist schon etwas Unübliches, denn normalerweise im Juni und damit auch ein bisschen entspannter. Aber gestern waren zumindest zu Beginn über 4000 Leute da und das bei einer ISIS-Kälte und wir wollen uns jetzt alles mal in Ruhe so ein bisschen anschauen. Ich möchte nicht jeden einzelnen Punkt erwähnen, aber wir gehen das Ganze mal so ein bisschen durch. Wir fangen unter anderem mit Ehren vorher an, das ist aber alles jetzt erstmal zweitrangig. Wir beginnen dann direkt mit den Berichten der verschiedenen Organe und beginnen hier mit Matthias Tillmann, der sich durchaus auch selbstkritisch geäußert hat. Der auch durchaus angemerkt hat, dass man im Sommer bei der Kaderplanung zu mutig gearbeitet hat. Da sagt er genau, Zitat hier mal, die Kaderplanung war zu mutig. Wir haben zu viel auf Zukunft und Potenzial gesetzt. Weiterhin eine Aussage von ihm ist, dass die Entscheidung rund um Mark Wilmot sich am Ende des Tages nicht gelohnt hat, dass das Ganze einfach nicht aufgegangen ist und gleichzeitig gibt er aber auch einen Appell für die Zukunft. Zitat auch hier, in diesen Zeiten müssen Egos und Eitelkeiten hinten anstehen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn wir uns natürlich die Monate jetzt vor der Jahreshauptversammlung anschauen, da gab es ja durchaus immer wieder Gerüchte, dass einige Entscheidungen ebenso getroffen wurden, um auf der Jahreshauptversammlung am Ende ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Allgemein muss man sagen, hier gab es dann auch wieder so ein paar Zitate zur Fördergenossenschaft. Boah, also ist schon ein harter Tobak. Ich zitiere auch hier jetzt nochmal. Also jedes Mitglied müsste mitmachen, um diese Summe zu erreichen. Wir reden hier jetzt von einer Summe von um bis zu 50 Millionen Euro übrigens. Jeder von euch soll in drei, vier Jahren sagen können, ich war dabei und habe mitgeholfen, dass der Verein wieder investieren kann. Grundsätzlich über die allgemeine Sache vollkommen okay. Boah, aber wir Fans sind schon echt auch jemand, der sagt, wir geben sehr viel Geld aus für Tickets, für Hotels mitunter, für Trikots, für alles. Klar, wir sind auch dann dabei und sagen, wir machen bei dieser Fördergenossenschaft mit. Aber das jetzt so ein bisschen, es hat zumindest für mich persönlich einen kleinen Geschmack dabei, muss ich ganz klar sagen. Dann Christina Rühlhamers hat sich auch zu verschiedenen Themen geäußert als nächstes und hat hier unter anderem ihren ja doch schon sehr, sehr peniblen Sparkurs weiter gerechtfertigt. Hat das ja schon mal auch in verschiedenen Bereichen gemacht. Hier unter anderem darauf eingegangen, warum man eben nicht so viel Geld in Spiele investieren kann und dass man auch aus dem Geld nochmal mehr rausholen muss. Des Weiteren aber auch auf die Ticketpreise hat sie sich dann bezogen, dass das eben natürlich eine bittere Sache ist. Dass das auch so ein, ich nenne es mal unangenehmes Thema ist, dass sich viele davor da ein bisschen gedrückt haben. Und sagen wir mal ganz ehrlich, mittlerweile Ticketpreise, also das ist schon happig. Wenn man im Zweifelsfall jede Woche unterwegs ist, dann ist das durchaus brutal. Als nächstes hat sich Axel Hefer geäußert und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die diesen Mann zumindest nicht mehr so wirklich gerne sieht. Also weiß ich nicht. Ich habe mit dem so meine Probleme einfach. Auch Tipico und alles tut da eben nicht zur Sache, nicht positiv zur Sache. Der hat unter anderem Matthias Tillmann dann gelobt. Welch ein Wunder, hat den Vorstand ja auch installiert. Also wäre schlecht, wenn der an dem Kritik äußern würde. Gleichzeitig hat er allerdings an Hechelmann, unserem alten Sportdirektor, durchaus regelmäßig Kritik geäußert. In regelmäßigen Abständen, auch bei anderen Sachen, gab es dann immer mal wieder so kleine Sticheleien Richtung Hechelmann. Hier unter anderem ihn als überfordert genannt, halt in seiner alten Position. Und da durchaus dann gezeigt, was er von ihm hält. Ob das jetzt sein muss, sei mal dahingestellt. Dann ging es natürlich an die Aussprache. Und hier muss man sagen, viele gute Sachen, viel gute Kritik, viel faire Sachen, viel natürlich auch gegen den Vorstand, muss man ganz klar sagen, sowohl gegen, wobei gegen den Vorstand als auch gegen den Aufsichtsrat. Hefer viel abbekommen, Matthias Tillmann viel abbekommen. Wie es mit Gelegenden wie Asamoah und Büskins ablief. Allgemein die Entlassungsgespräche, das Gehalt des Vorstandes und viele weitere Sachen wurden hier besprochen. Ich habe da ein paar Punkte. Erstens, manche Aussagen ein bisschen übertrieben vielleicht. Und zweitens, es hat sich gegen Ende sehr wiederholt, sehr häufig das Gleiche. Da muss man dann im Zweifelsfall auch mal schauen. Wenn alles gesagt ist, muss man dann wirklich halt nochmal das dritte Mal hören. Auch wenn es natürlich inhaltlich bis zu einem gewissen Maße vollkommen okay ist. Ich bin nicht so der Matthias Tillmann-Hater wie viele andere, muss man auch dazu sagen. Ich habe da durchaus noch ein bisschen andere Meinung. Ich kann da vielem, was der macht, abgewinnen. Auch nicht allem. Darf man auch nicht blauäugig sein, ganz klar. Aber Kritik durchaus wichtig. Auch wenn vielleicht dann nicht in der Masse. Dann muss man dazu sagen, ging es erst so richtig los mit einigen Abstimmungen. Da sind aber wohl schon richtig viele gegangen. Denn es war so kalt in der Arena, was man durchaus hätte vorher schon wissen können. Das muss man auch dazu sagen. Aber viele haben da die Versammlung schon wieder verlassen, weil eben diese Aussprache sehr, sehr lange gedauert hat. Ging es dann an die Abstimmungen. Viele wurden abgelehnt. Drei Satzungsänderungen allesamt abgelehnt. Unter anderem ging es auch um Hybridversammlungen, damit Leute, die vielleicht nicht aus der Region kommen oder samstags arbeiten müssen oder irgendwelche anderen Gründer haben, ebenfalls daran teilnehmen müssen oder teilnehmen können. Abgelehnt. Und da muss ich ganz klar sagen, das war für mich schon ein kleines... Wir sind im Jahr 2024 und ich verstehe, wer sich die Zeit nimmt, da vor Ort zu kommen, dann ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber wir haben 190.000 Mitglieder. Es waren zu Beginn 4.000 noch was da. Das ist eigentlich nicht wirklich repräsentativ für die Gesamtmeinung des Vereins. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist in den letzten Jahren auch deutlich runtergegangen, weil es waren mal deutlich mehr Leute bei einer Mitgliederversammlung. Aber trotzdem ist das schon... Ich kann irgendwo die Leute verstehen, die sagen, nö, ich bin hierhin jetzt gekommen, dann dürfen die anders auch nicht. Aber ist es noch so wirklich zeitgemäß? Ich finde nicht, denn es können einfach super viele gar nicht daran teilnehmen, aus zum Beispiel geografischen Gründen. Und deswegen da... Durchaus ärgerlich, kann man aber nicht ändern und gibt es auch gemischte Meinungen. Ist auch so. Ich verstehe auch jeden dann vielleicht, der sagt, hey, ist einfach für mich nichts, finde ich nicht gut. Alles gut, zwei Meinungen dementsprechend hier jetzt abgelehnt. Dann gab es natürlich auch noch die Wahl in den Aufsichtsrat. Und ich möchte euch jetzt hier gar nicht alle vier Personen vorstellen, weil das hat wenig Sinn und das bringt auch nicht wirklich viel. Es wurden zwei weiter wieder reingenommen. Wir haben Sven Kirstein, der wurde als erstes reingesetzt mit am Ende 1317 Personen. Und da muss man dann auch wieder sagen, 1317 Stimmen reichen in dem Moment, um wieder in den Aufsichtsrat zu kommen. Weiß ich nicht. Und als zweites dann Enda Ullipner. Seine Rede war schon ein bisschen sehr provokativ, muss man sagen. Und ich fand jetzt nicht, dass er super viele Themen hatte oder beziehungsweise sehr viel Inhalt respektive einfach mal Ideen mitgebracht hat. Aber nun gut, auch der sitzt jetzt im Aufsichtsrat. Und wir können mal eben kurz vorab springen nochmal. Am Ende des Tages wurde auch entschieden, Axel Hefer bleibt weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender. Und Sven Kirstein ist nun alleine der Vertreter, also der Aufsichtsrat-Stellvertreter. Nun gut, ehrlicherweise, das war eine relativ klare Sache. Das war relativ offensichtlich, dass das so passieren wird. Danach gab es auch noch die Wahlen zum Wahlausschuss. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, damit kennen sich noch weniger Leute aus. Das ist auch dann schon ein langsames Nischenthema. Und am Ende des Tages, muss man sagen, sehr lange Hauptversammlung, sehr viele Dinge, sehr viel. Natürlich insbesondere die Aussprache. Am Ende des Tages gab es dann auch nochmal ein paar Wortmeldungen, unter anderem um das Thema Abschiedsspiel für Rudi Assauer. Durchaus eine wichtige Sache, wie ich finde. Mal schauen, ob man das im nächsten Jahr schaffen kann. Dieses Jahr wird nicht mehr klappen. Nächstes Jahr dann vielleicht wäre eine durchaus gute Sache und auch einfach eine würdige Sache. Die Jahreshauptversammlung, warst du da? Warst du nicht da? Schreib es mal unten rein. Die sollte auf jeden Fall nächstes Jahr zumindest mal wieder mehr Richtung Sommer sein. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hat dann Matthias Thirlmann auch nochmal mehr zur Fördergenossenschaft erzählt. Und es gibt neue Informationen und hulladiewaldfee. Ein Anteil wird 250 Euro kosten plus eine einmalige Aufnahmegebühr von 75 Euro. Und ich muss sagen, 250 Euro, das war erstmal so eine Summe, die ist durchaus okay, die ist durchaus verständlich. Die Leute, die sich daran beteiligen möchten, schaffen das dann eventuell auch noch. Du kannst natürlich auch einfach einen Anteil kaufen. Das würde als natürliche Person, so wie du und ich reichen, eine juristische Person, anderes Thema, muss dann mindestens 40 Anteile kaufen. Muss man dazu sagen, diese 75 Euro haben mich im ersten Moment durchaus stutzig gemacht. Die S04 des FAQ klärt hier auch auf. Da heißt es nämlich, das Eintrittsgeld, das ist diese Verwaltungsgebühr, deckt dabei ausschließlich die Verwaltungskosten. Boah, 75 Euro Verwaltungskosten pro Person ist durchaus eine Ansage. Also das muss man ganz klar sagen. Und der S04 hat natürlich das große Ziel hier, richtig viel Geld einzunehmen. Man rechnet, beziehungsweise das utopischste Ziel, was natürlich nur super schwer zu erreichen ist, sind 50 Millionen Euro. So, Matthias Tillmann hat hier durchaus durchklingen lassen, dass man damit dann auch wirklich was verändern könnte. Muss aber auch erstmal erreicht werden. Also durchaus natürlich eine schwierige Sache, bin ich sehr gespannt drauf. Ein ganz wichtig. Damit wird natürlich dann investiert in die Felddienstarena, wodurch die Fördergenossenschaft Anteile der Felddienstarena erwirbt. Wichtig auch dabei, du bekommst dann keine Zinsen. Beziehungsweise, da kann es in späteren Generalversammlungen, das ist so ein bisschen wie die Jahreshauptversammlung, nur eben bei der eingetragenen Genossenschaft, kann es sein, dass es dann mal irgendwelche Ausschüttungen mit dem Gewinn gibt. Ich gehe aber stark davon aus, dass dann dafür gevotet wird, dass das gewonnene Geld wieder zurückinvestiert wird. Also rechnet nicht damit, dass ihr irgendwie in den Jahren irgendwie Zinsen, Rendite oder sowas macht, sondern schreibt das Geld eigentlich in dem Moment ab, muss man ganz klar sagen, glaube ich so. Schreibt das Geld ab, als wenn es nie existiert hätte, wenn ihr investieren wollt. Ihr bekommt aber ein bisschen was. Und zwar bekommt ihr auf der einen Seite eine digitale Urkunde. Digital, nicht mal wirklich schon ausgedruckt, ein bisschen schön, leider digital. Des Weiteren bekommst du, wenn du 0,4 Anteile gekauft hast, dann bekommst du eine gedruckte Urkunde mit eben diesem, mit so einem Pin noch dazu. Gut, so ein Pin, okay, cool. Und was dann ebenfalls ist, dein Name wird auf einem Förderturm-Denkmal gebaut. Ich weiß noch nicht, wo der jetzt hinkommt, dieses Förderturm-Denkmal. Das wird dann ebenfalls mit dem Namen eben von dir versehen. Es steht halt nur Schalke Vereinsgelände. Mal schauen, wo es dann am Ende des Tages ist. Ab 20 Anteilen, dann bekommst du auch nochmal eben diese gerahmte Urkunde. Dann bekommst du ebenfalls den Pin, dann bekommst du ebenfalls deinen Namen auf dem Denkmal. Und du bekommst noch ein Arena-Modell für dich zu Hause. Wie groß das jetzt ist, keine Ahnung, ob das jetzt so ein kleines Moped ist oder so ein großes Teil, muss man dann schauen. Dafür musst du aber auch schon 20 Anteile mal 250 Euro kaufen. Kannst du dir ja selber ausrechnen, wenn man eben 5.000 plus nochmal 75 investieren, ist durchaus eine Ansage. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Wie war die Jahreshauptversammlung für dich? Wirst du Anteile erwerben wollen, beziehungsweise man muss auch fragen, ob man überhaupt das kann, ist ja immer so eine Sache. Schreib deine Meinung gerne mal unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video.